Ich zeige dir heute zwei Möglichkeiten, wie du störende Knackser aus deinen Aufnahmen entfernen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Bei einem ordentlichen Recording sollten Knackser oder störende Geräusche eigentlich nicht mit auf der Aufnahme sein, aber hey, nobody is perfect und deswegen passiert es einfach immer wieder. Deswegen zeige ich dir jetzt zwei Möglichkeiten, wie du solche Fehler entfernen kannst. Ich zeige dir das in Logic Pro, aber in anderen DRWs hast du ähnliche Möglichkeiten oder kannst ähnliche Techniken anwenden, um dieses Problem zu lösen. Viel Spaß! Alles klar, wir sind im Projekt und hören uns die störende Stelle erstmal direkt an. Autsch, also das ist wirklich richtig laut, der Knackser. Ich zeige es dir nochmal. Das ist sehr, sehr laut. Also wie im Intro erwähnt, sowas sollte eigentlich nicht passieren, aber manchmal passiert es eben doch und dann muss man irgendwie die Lösung dafür finden. Aber keine Angst, wir werden diesen Knackser hier entfernen und zwar machen wir das im Logic im Audio-Datei-Editor. Bevor ich dir gleich die zwei Möglichkeiten zeige, wie wir das machen, möchte ich dir noch kurz eine ganz kleine Einweisung in diesen Audio-Datei-Editor geben, denn es ist wichtig, dass du ein paar kleine Befehle weißt, weil du musst hier sehr chirurgisch genau vorgehen und der Audio-Datei-Editor hat ein paar andere Befehle, wie jetzt das normale Arrangement-Window und das ist wichtig, dass du diese weißt, damit du dich ordentlich in diesem Editor bewegen kannst. Du erreichst den Audio-Datei-Editor, indem du einfach auf die betreffende Region hier doppelt klickst, klack, klack und schon sind wir drin. Denn was noch sehr, sehr wichtig ist zu wissen, Bearbeitungen im Audio-Datei-Editor sind destruktiv. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich jetzt hier eine Bearbeitung mache, dass die für immer und alle Ewigkeiten so bleibt und dass ich nie mehr zurück kann. Wenn du aber dieses Projekt schließt nach der Bearbeitung, dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Deswegen bei solchen Sachen, bei solchen heftigen Eingriffen, wie wir sie gleich machen, bitte immer eine Sicherungskopie anlegen und einfach die Spur direkt im Projekt bouncen, damit du nochmal was hast, womit du zurückgehen kannst. Also das hier ist der Audio-Datei-Editor und hier gibt es ein paar Sonderbefehle, die du einfach wissen musst, damit du effektiv hier drin arbeiten kannst. Um hier ab einem bestimmten Punkt abzuspielen, kannst du hier einfach oben doppelt klicken auf diesem Balken hier. Genau, dann spielt er dir diese Stelle direkt ab. Du kannst über das Solo-Werkzeug, das habe ich mir hier als Rechtsklick-Werkzeug angelegt, auch manuell und sehr, sehr langsam und auch rückwärts durch diese Audio-Datei hier durchfahren. Okay, sehr experimentell. Aber wie gesagt, für so chirurgische Eingriffe ist es wirklich gut, wenn du hier sehr, sehr langsam durch kannst. Und das ist auch eine sehr wichtige Funktion, du kannst bestimmte Stellen markieren und immer wieder abspielen lassen. Wenn ich jetzt also hier sage, ich möchte genau diesen Takt oder das ist kein Takt, diese Stelle haben, dann hältst du einfach die Maustaste oder den Mauszeiger gedrückt und kannst jetzt über Control-Lehrtaste genau diese Stelle immer wieder abspielen. Dann spielt er dir nur die Stelle ab und das wird nachher jetzt gleich auch wichtig bei Knackser bearbeiten oder Störgeräusche bearbeiten. Was auch sehr cool ist und nicht nur zum Knackser bearbeiten, ist das Freistellen bestimmter Stellen oder bestimmter Schläge. Das kann auch für Sampling nützlich sein. Das zeige ich dir auch noch kurz, das machst du im Transientenbearbeitungsmodus. Den findest du hier, das ist dieser kleine Button hier. Ne, halt der war es, Entschuldigung. Und wenn ich den jetzt klicke, dann siehst du die Transienten, die sucht dir Logic selber raus. Du kannst die hier vergrößern oder auch verkleinern, das heißt, du kannst es genauer machen oder ungenauer. Und nehmen wir mal an, ich möchte jetzt diesen Schlag hier, diesen einen Schlag hier freistellen oder ausschneiden. Dann markierst du den einfach, indem du auch wieder hier die Maustaste gedrückt hältst. Zack. Und dann gehst du einfach auf Funktionen und dann Trimmen. Er sagt dir dann nochmal, hey, alles andere wird gelöscht, nur dein ausgewählter Schlag wird sozusagen getrimmt. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und dann hast du nur diesen einen Schlag hier jetzt freigestellt. Das ist gut für Sampling oder das ist gut, falls du einen Schlag ausschneiden möchtest und den zum Beispiel an einer anderen Stelle nochmal einsetzen möchtest, wo der Schlag nicht so gut war oder wo ein Ton nicht so gut war. Okay, jetzt bist du ausgestattet mit den Grundfunktionen im Audio-Dateieditor. So, und jetzt können wir uns tatsächlich an diesen Knackser hier machen. Wir hören nochmal kurz rein. Der war also hier relativ am Ende. Knacks. Da habe ich ihn schon gehört. So, jetzt können wir einfach die gerade gelernten Techniken anwenden. Ich zoome also rein. Ich vermute mal, das ist der Knackser. Manchmal sieht ein Knackser das Störgeräusch, das sieht jetzt immer ein bisschen unterschiedlich aus. Manchmal ist es so eine Spitze, manchmal geht die Spitze auch nach unten. Oder es ist nur so ein dicker Strich wie hier. Ich wende jetzt genau die Techniken nochmal an, die ich dir gerade gezeigt habe. Ich markiere also das hier und spiele diese Stelle über Control-Leertaste ab. Um zu hören, bin ich an der richtigen Stelle. Ja. Du kannst auch nochmal, oder wir können auch nochmal mit dem Sole-Werkzeug. Da ist der Knackser. Direkt rüberfahren. Also wir haben die Stelle lokalisiert. Und jetzt werden wir sie ausmerzen. Okay, das machst du hier im Datei-Ditor ganz einfach mit dem Stiftwerkzeug. Das ist Möglichkeit 1. Das heißt, ich kann jetzt diese Amplituden, das nennt man diese Hoch- und Runterwellen hier, die kann ich einfach überzeichnen. Oder die nicht vorhandene Amplitude, was den Knackser letztendlich auch auslöst, die kann ich überzeichnen. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein. Vielleicht nochmal ein bisschen näher zoomen. Da ist unser Knackser. Und jetzt male ich diese Linie hier einfach nach. Das heißt, ich möchte keinen Knackser, sondern eine normale Amplitude. Und ich orientiere mich jetzt einfach so ein bisschen an der Stelle, wo kein Knackser ist. Das heißt, ich nehme das jetzt und zeichne es einfach so nach. Wir schreiben praktisch hier diese Amplitude neu oder machen das hier neu. Und jetzt schauen wir mal, ob jetzt immer noch ein Knackser an der Stelle ist. Du hörst, es ist immer noch ein Knackser da, auch wenn er wesentlich leiser ist. Aber ich möchte es nochmal korrigieren. Das ist auch kein Problem. Das kannst du machen hier. Hier ist also die Stelle, die ich nachgemalt habe nochmal. Dann probiere ich es jetzt einfach nochmal anders. Ich nehme einfach nur einen Bogen hier und schauen wir mal, ob wir jetzt den Knackser eliminieren konnten. Okay, jetzt ist er so marginal, dass man fast nicht mehr hören kann. Knackser ist also tatsächlich weg. Das wäre Möglichkeit 1. Du kannst mit dem Stiftwerkzeug die Amplitude einfach wieder richtig zeichnen. Genial, oder? Aber das funktioniert nicht immer. Also teilweise bei solchen Sachen kann es auch sein, du kriegst den Knackser nicht richtig weg. Und da greift dann Möglichkeit Nummer 2 und die ist, wir löschen einfach die betreffende Stelle. Wenn es so eine kleine Stelle ist wie nur ein Knackser, kann man das machen. Wir löschen sie und ziehen den anderen Part vor, den dahinterliegenden Part ein bisschen weiter vor, dass wir praktisch die Stelle einfach weggelöscht und in den Mülleimer geworfen haben. Ich mache meine Bearbeitung hier nochmal zurück. Mal hören, ob der Knackser wieder da ist. Da ist er wieder. Sehr schön, beziehungsweise nicht sehr schön. Und was wir jetzt probieren, oder was ich jetzt probiere, ist einfach, dass ich die Stelle hier markiere, wie wir es vorher gelernt haben. Wir zoomen nochmal rein. Ich bin also hier. Ich werde diese Stelle jetzt markieren und einfach weglöschen. Und der hintere Teil wird sich automatisch an den vorderen Rand ziehen. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn du sowas rauslöschst, dann musst du das bei Nulldurchgängen machen. Denn sonst löschst du einen Knackser raus und produzierst einen anderen. Ein Nulldurchgang ist immer, wenn die Amplitube hier am Nulldurchgang vorbeiläuft oder den durchkreuzt. Das ist der Nulldurchgang und das kannst du automatisieren. Und zwar über Bearbeiten, indem du das Häkchen hier setzt, Bearbeitungen an Nulldurchgängen einrasten. Damit macht er das schon automatisch. Das heißt, ich nehme jetzt einfach hier diesen Bereich. Ich versuche es direkt am Nulldurchgang hier zu machen. Zack. Und jetzt, hast du schon gesehen, da sucht sich automatisch die beste Stelle raus. Und ich gehe dann einfach auf Löschen. Er sagt, Achtung, der ausgewählte Bereich wird unwiderruflich gelöscht. Und so weiter. Machen wir jetzt einfach knallhart. Er löscht es weg. Und jetzt schauen wir mal, ob wir auch mit dieser Methode Nummer 2 den Knackser wegbekommen haben. Und der Knackser ist weg. Nicht nur Knackser können deine Aufnahmen stören, sondern auch Frequenzen. Wenn sie kreischig sind, wenn sie dumpf sind, wenn sie zu hoch sind, wenn sie dröhnend klingen. Und von diesen Frequenzbereichen gibt es insbesondere 6, die Probleme in deinem Mix verursachen können. Wenn du nicht weißt, welche das sind, dann empfehle ich dir in meinem PDF 6 Problemfrequenzen. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen. Da zeige ich dir diese 6 Frequenzen, welche das sind und warum sie Probleme in deiner Mix verursachen. Und wie du diese Probleme beheben kannst. Also unten im ersten Kommentar angepinnen. PDF kannst du dir kostenlos runterladen. Hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Falls du noch nicht so sicher mit dem Mixing bist und dich erst noch ein bisschen reinwühlen willst und ein paar Basics lernen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Mixing Grundkurs. Das ist eine Playlist hier auf YouTube. Die kannst du dir da anschauen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.